Billig Intro, denn ich hab noch immer keins. Los geht's dann, Umein. Wie war das, Horizon? Wir sollen die Lagerhalle passieren oder auch die Fahrzeuge dort abstellen? Auch die Fahrzeuge dort abstellen. Jawohl. Tadoumi, stop. J.R., das Auto, komm nochmal rein. LJR stehen bleiben. Christoph, der macht's g'scheit. Allemann raus aus der Lagerhalle, letzter macht die Tür zu. Unterdurch, weiter, 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 unterdurch. Lütze hier, Funkcheck. Ich kann durch. Frage, wo seid ihr denn? Ich bin im Industriekomplex. Wir sind jetzt schon südlich vom Industriekomplex. Audio Hure und definitiv nicht der Little Bird. Ja, ich hab auch Sichtkontakt direkt im Süden unter dem Wald. Hat ein Slinglauten, haben wir. Ja, der Little Bird sah schon. Aber der Little Bird jagt den schon, wie geil. Jawoll, Don, gib ihm, Junge! Und runter ist er! Guck mal, haha. Jawoll. Nice. Entfernung ungefähr 860 Meter. Okay, aber wir sind alle. Für die Information, rüber übers Feld, los, los, los! Information, der Fennec ist noch fahrtüchtig. Ich hab Leute aus dem Wrack aussteigen sehen. Fennec ist ebenfalls noch einsatzfähig. Ist nicht zerstört worden. Ich hab Leute aus dem Wrack aus dem Wrack aus dem Wrack aus. Das ist ja so, wie geil. Okay, ich habe das Ziel im Obergeschoss, mein Ziel im Untergeschoss. So, von uns jetzt, ah, da habe ich auch schon im Wald Kontakt, 430 untere Waldkante, obere Hügelkante 780. Welche Richtung überhaupt? Auf 135 bei den Steinbewegungen kann ich genau sehen, wer das ist. Fahrzeugkontakt Richtung 260, ich habe das Periskop von dem Fernick gesehen, ist hinter Schild verschwunden, Fahrtrichtung Nordwest. Ich sehe, er ist jetzt Nordwest, ja. Einweißen. Ich habe ihn verloren hinter dem Elefantenkast 260. 340 0, 010. Praxis erst oben auf dem Hügel. Ja, welcher Hügel? Fahrzeug auf 0, jetzt 005. Was, jetzt 260? Nein, das ist schon weitergefahren. Mein eigenes Fahrzeug auf 328, oben auf dem Hügel. Gut, und wo ist das andere hin? Letzter Kontakt auf 10 Grad. Aber ich habe hier tatsächlich ein Periskop von einem Periskop gesehen. Ja, ich habe es doch auch gesehen, es ist gut, es ist auf 10 Grad jetzt. Also da war es zuletzt. 10 Grad? Ja, es... Panic ist Richtung Südosten abgehauen, außerhalb der Sichtweite der Führung. Das heißt, wir können ihn auch nicht mehr treffen. Nach Südosten? Ja. Okay. Fargo, komm ins Innere. Ja, Lütze, dann mach das nur du, ich habe bloß 120 Schuss. Ja, sag mir wo, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe nach hinten geschaut. Oh, hier ist was. Durchschussrand rein! Runter, runter von 2, 3, 3. Ausgleichwer! Praxis hat's erwischt! Praxis hat's erwischt! Unten bleiben, unten bleiben! Mach Platz, mach Platz auf der Treppe! Bleib unten! Warte mal! Ist das der Heli? Praxis liegen bleiben, cool bleiben! Ja, ich bleib liegen, ich komm runter! Das ist Südwesten. Komm runter! Ja, komm her schon! Das ist das HMG! Ja, ja. Jay, du stehst da ein bisschen blöd. Kann man da hinten raus? Oben ist noch blöder. Ja, aber Praxis kam nicht runter. Ja, hier komm mal raus! Praxis, ähm... Verbinde dich! Bin zu! Und wenn du die Möglichkeit hast, mit der AT mal kurz rauszuholen, über die Karte 2, komm! Wo kam das denn her? Südwesten, das HMG-Feuer! Wenn du auf die Karte guckst, dort wo HMG-Feuer steht! Vermutlich an dieser, was immer das ist, Flugballball... Praxis, das wird nichts! Nee! Da hat sie doch eingeschossen! Ah, ne... Okay, drängt dran! Es haben sich, äh... Ja! Komm hier zu dir! Jetzt sollst du dich nicht verstecken, hier kann dir das Auto nichts tun! Eine Sicherungsrichtung ist da! Und da haben sich auch Feinde genervt! Ich möchte, dass das MGA hinguckt! Praxis, hierher! Ah! Mit damals so genau den... Eigene beschießen uns Buhle! Ich hab grün, ja? Ja, du hast grün! Feuere! Fick sie! Offen für Vorschläge, Horizon? Wir müssen hier kurz warten! Immer ruhig bleiben! Wir kommen gut, aber du triffst ihn nicht! Oh, den einen hast du getroffen! Oh, der ist tot! Der ist tot! Der ist tot! Der ist ganz tot! Der drüber war noch einer! Ja! Die haben sich zurück in den Wald gezogen! Okay, also die sitzen da noch im Wald! War weiter nach links gesetzt! Wo hört? Da sind zweimal Büsche zwischen uns! Und den, den du ausgenippt hast! Der hat dann eine... Bestätigt! Nice! Jungs! Feuer auf den Wald! Die MG schützen auch! So gut es geht! Ja, Jungs! Das ist schon bei der grobe Richtung! Jungs! Geh vor an das Gras! Leg dich durch! Und dann feuer einfach in die Richtung! Wo ist denn hier der Wald? Jungs! Wo war der letzte Feinkontakt? Letzter Feinkontakt war im Südosten! 140 Grad! Hab ich Feuer frei! Jungs! 140 Grad! Feuer frei! Halt den Wald ab! Wollen wir auch vor! Schieß mal links von den Gesteinen! Oh, da kommen grüne Tracer raus! Ich krieg Antwort! Dann zieh dich nach hinten zurück! Na, das Feuer geht vorbei! Das geht auf euch! Kann ich da hoch? Ja! Jetzt nicht! Achtung! Oh boy! Lade! Frage! Feuer zu hoch? Bleib da! Ich komm zu dir! NJ! Weiß! J1! Wenn er Zielprobleme hat! Okay! Dann kommen wir hoch! Bist du oben! Eigentlich siehst du schon die Tracer! Da fiehst du Schuss rein! Aber die sind hinter dem Baum! Das klingt nichts! Siehst du? Ja genau! Die sind hinter dem Baum! Hammercard Pech! Wir müssen auch rechts dieses Harmen beachten! Jaaa, jetzt so! Kommt da überhaupt irgendwas an? Sieht da jemand was? Du schießt! Ach Gott! Da kommt kein Gegenfeuer mehr, der Gegner ist abgetaucht Feuer einstellen, Entdeckung Was ist denn? Nix, das ist gut Ich habe 200.000 Schwerbestand J.R. was hast du noch an Munition? 95% Okay 30% ist Sperrbestand für beide M.G. Schützen Actually, hier 2, komm So, wir haben jetzt hier ein bisschen gekämpft Gegenfeuer wurde eingestellt Ich glaube, die haben sich ein Stück zurückgezogen Komm Master J, bringe ich mal wieder auf den neuesten Stand Wo kam jetzt das Gegenfeuer her? Okay Hier hinter der Baumreihe Da kam einfach das Gegenfeuer Das HMG-Feuer kam hier rechts, deswegen müssen wir hier echt aufpassen Und wo war das ungefähr? Wie weit? Wenn du auf die Karte guckst, da wo HMG-Feuer ist Also ich glaube einfach, da aus dem Komplex heraus Ich weiß nicht, ob es ein mobiles, also ein Pfennig Oh, hier hab ich Ich hab hier ein Quad Feuer frei 220 Grad, nee, das treff ich nicht Okay Herr Dome, äh, guck auf die Karte, du weißt, wo wir sind Äh, ja Ja, bei Marker 2 Ja, ja, komm ran Ich seh es, ich seh es Ja, ja, komm ran Ja, ich seh es Entweder Der darf da nicht Genau, ja Viel weiter vorhalten Ist es weiter links jetzt, oder wo? Ja, okay, der ist weg Ist es jetzt weiter links, oder wo? Beides scheiße Ich wüsste auch nicht, was wir tun sollen Offenes Feld Wir könnten ein Unterstützungsfeuer kriegen Das wäre am schnellsten 1000 Meter, das ist gut sein Ich würde jetzt gerne hier weg Wenn wir das gut abteilen Wenn wir angegriffen werden Von CHS, das ist echt Ja, dann kann CHS mehr Okay, die sind da immer noch im Wald, ne? Ja, dann müssen wir uns da Der Heli ist unser, meinst du? Ja, klar Alter, was ist los mit dir? Ich bin unten, da sieht man nicht so viel Das ist der Little Bird, der vorhin den Huren weggeballert hat Jungs Ja, hört Der Helikopter hat gerade erfolgreich den feindlichen SPZ bekämpft Nice Jawohl Der hat doch nur mit der Minigang geschossen Dann hat er halt gut geschossen Der Helikopter holzt gleich alles, was er hat, in den Wald rein Die laufen über ein offenes Feld drauf zu Oh fuck, okay Wir hatten, Horizon hast du es mitbekommen Wir hatten südwestlich von uns ein Quad, zwei Mann Ja, habe ich gehört Habt ihr es bekämpft? Ne, 1000 Meter jetzt Wir haben drauf geschossen Das ist wahrscheinlich auf 1,95, 600 Meter hinter dem Gebäude Ja, verstanden Dann ein Auge drauf halten Halt mich ein bisschen hinten, wenn wir dann in den Wald gehen Irgendwo rumgefahren Wir kennen die aktuelle Position nicht genau Vermutlich will das uns umfahren, aber das sollte keine große Gefahr für uns sein Sind nur zwei Mann Wir würden dann jetzt in Absprache mit Sun uns sprungbereit auf den Wald machen Wir können das Wasser und die Nachtsichtgeräte hier lassen So verstanden Wir halten uns sprungbereit Warten dann auf ihr Kommando Alle Mann, hör gehört Wir springen gleich auf über offenes Feld in den Wald rein, Richtung Südosten In einem Lauf? Ja, wir kriegen Unterstützungsfeuer von den Prowlern und vom Helikopter und von 1 Das heißt, wir können auf keinen Fall fallen Das heißt, wir laufen da gleich auf mein Kommando, so schnell wie möglich an die Waldkante ran Und holzen dann alles weg, was wir finden Verstanden? Verstanden? Oh Gott Okay Ich frage, kannst du genaue Richtung geben? Ich heiß auf eine genaue Richtung in den Wald einfach Halt dich an die anderen Lütze, da wo du vorher hingeballert hast, das ist unser Ziel Was ist denn los mit dir? Das überleben wir doch nicht, ne? Was? Es werden jedenfalls die Chancen sinken Nee, brauchen wir später noch Okay Master Jay, beprüft seine Ausrüstung Nehme vorsichtig mit der Hand über den Oberschenkel streift Los geht's Oh Gott, ey Okay, Tatome, Stellung ist eingenommen Auf geht's Prost Oh, scheiße, Mann Wuhuuu Haben wir gegenfeuer bis jetzt? Noch nicht Bin bereit Stand Und los Dein 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 Wir von Kumpel W. machen keine heilen Sachen, ne? Schnellung und los! Schnellung und los! Schnellung, einzelnen Feuer. Das war das Kumpelwunsch für den Feind. Du, Horizon, ich hab nicht einen einzigen, ich weiß nicht, wo der Feind ist. Ja, ganz locker bleiben, das ist nur Unterdrückungsfeier. Hier, zwei. Die sollen jetzt den Feuer verlagern. Ich zeug dir die Feuermeer nach links verlagern. Und weiter. Ich kann nicht mehr laufen. Jeder an der harten Deckung, Tadomos ziehen, nachziehen. Gegenfeuer! Die schießen zurück, Richtung 1, 5, 0. Zwo wird angegriffen. Feuer wieder an, Unterlaufgranaten. Jawohl, Unterlaufgranaten, Köpfe runter. 100 Meter. 225 Meter! Feuer erwidern. Die sind wahrscheinlich bei dem Gebäude auf 1, 3, 5. Das ist was für ein Heli, das Gebäude. Horizon im Hubschrauber anfordert. Das haben hier zwei, haben sie noch Munition? Ritox, komm ran! Nein, ich will nicht überall, ich lasse noch verkaben. Check! Wir brauchen Unterdrückungsfeuer auf die Mine, komm! Lade! Markant, das Gebäude linksseitig von Marker satt, komm! Horizon, wir flankieren den Feind links rum und fallen dann in die Flank... Bestätigt. Hinweis, Helikopter kommt jetzt nochmal vorbei und macht einen Angriff. Eins ist auch auf dem Weg hierher. Weiter mit ULG beschießen. 100 Meter, vielleicht 150. Ich hab nur noch frei. Scheißegal, hau raus! Sag den anderen, die sollen hier Feuer einstellen. Dem... Horizon, wir müssen uns bewegen. Ja, ja. Okay, mein Team, rechts rum. Auf dem Boden. Wahrscheinlich Feindkontakt, 1, 3, 8, zwischen den Felsen. Achtung, Unterlaufgranaten! Feind, 1, 4, 2, 100 Meter. Mann, ich brauch Support da vorne! 1, 4, 2, kommen! Wir brauchen hier ULG-Unterstützung, komm! Jungs, weiter, kommt jetzt! Schieß doch mal auf die scheiß Felsen! Keine Unterlaufgranaten mehr! Flankiere links! Bestätigt! Flankiere links! Ich folge THR! Ich folge THR! Ich bin an den Felsen, Vorsicht! Der Heli muss jetzt aufhören! Horizon, bist du noch da? Ja, ich bin noch da! Die anderen Squads unter Heli müssen jetzt einstellen, wir sind nah dran! Medic! Marker Position! Weißer Rauch! Doch nicht, Weißer Rauch! Du markierst uns doch! Mann, der war vorher schon da! Ja, versuche ich zum Norden zu kommen! Okay, das andere Team ist jetzt... ...nördlich von den Felsen! Ruhe! Wir sind dicht dran! Frage, grüder raus! Wer hat denn hier? Ich stehe! Ja, Position! Bei den Felsen hier vorne, ich stehe! Das andere Falle Team ist an den Felsen! Ich stehe sie! 9-0! Über dem Haupttor! Noch nicht ganz Die CZ-Leute sind über diesem Felsen Bei diesem Eingangstor Ja, ich weiß Detox Detox Geht's dir gut? Nee, wir müssen ja nicht weg Wir müssen angreifen, hast du doch Morphium Negativ Ja, Mann Ja, doch, Moment Ja Ja, ich weiß Ja, ich weiß Bleib hinter mir, wir flankieren rechts gleich Ja, gut, nee, sorry Wer ist noch übrig? Hier, Tadome, mit Raxus Raxus, zwei auffällige Zurück, zurück, zurück Okay, wir sind hier festgepinnt Wir sind festgepinnt an den Felsen Fargo ist bei LGA Kann jemand dem Heli durchgeben, wo die CZ-Leute sind? Lass mich dich mal anschauen Okay, ich sehe nichts mehr Ja, ich muss dich mal anschauen Ich bin hier Wir haben vielleicht noch drei Minuten, dann werden die uns hier fertig machen All right Ja, das checkt Guck ich mal an Okay Ich geb dir einen Morphin Der ist tot Der hat's hinter sich Wer ist denn jetzt aus dem Scott noch rüber? Ich hab hier Retox bei mir Das ist jetzt grad nicht wichtig Das ist jetzt grad nicht wichtig, Jörg Konzentrier' ich lieber aufs Kämpfen Äh, jemand muss die Funke aufnehmen Wir flankieren rechts und ihr Die Funke Ganz ruhig, ganz ruhig Die Funke ist verschwunden, ist egal Zehn Sekunden Ich geh jetzt rum, ja Zehn Sekunden, warte, warte, warte Und jetzt los, hol die Funke, irgendjemand Die sind verschwunden, die Leichen Andere Richtung, der ja Was ist denn mit euch zwei jetzt? Der Heli gibt Unterdrückung Geh mir rein Fuck Na Leute Na, gehörtest du zu denen direkt unterm Stein? Ja Ah, danke, ich hab euch weggeschossen Mit einer Granate und dann auch ein bisschen Irgendwie zwei oder drei Leute von euch Ich Habt ihr meine Freundin schon wieder alleine da gelassen? Mein Freund, wir sind tot Ich weiß nicht, ob das alles so toll ist hier Billig Auto In der Hoffnung, dass meine treuen Zuschauer anderen von mir erzählen Die für新 Und Wir brauchen Wir brauchen